Hey, nutzt du auch Facebook und ärgerst dich darüber, immer wenn du eine neue Zeile öffnen möchtest, was er daraus deinen Kommentar abschickt? Ich kenne deinen Leid und ich hatte das gleiche Problem. Doch, das Video gab es noch nicht. Trotzdem habe ich eine Lösung gefunden, die ich mit dir teilen möchte. Also, bleib dran. Hallo, mein Name ist René Stelljes, ich bin Gründer vom SIT-Service und heute werfen wir mal einen Blick auf Facebook oder andere Programme, die sich ein bisschen merkwürdig verhalten, wenn man Text eingibt und einfach mal eine Zeile tiefer gehen möchte. Früher habe ich gelernt, dass eine Zeile tiefer einmal die Return-Taste, also die Bestätigungstaste auf der Tastatur gedrückt werden muss und schon geht der Cursor ein Feld runter. Bei Facebook passiert das und Facebook geht hin und schickt den kompletten Post ab und wenn der halb fertig ist, ist das natürlich nicht so schön. Aber es gibt eine Möglichkeit und die schauen wir uns jetzt einmal an, damit du auch Postings machen kannst mit mehreren Absätzen. Doch dafür sparen wir uns heute mal den Praxisteil, denn um das zu machen, musst du einfach nur, nicht nur die Enter-Taste drücken, sondern vorher die Shift, die Großschreibtaste auf der Tastatur betätigen. Und schon kannst du Absätze in Facebook erstellen und schickst nicht dauernd deinen Beitrag ab, auch wenn du es noch gar nicht machen möchtest. Für mich war das ein sehr wertvoller Tipp und dieser Tipp funktioniert auch bei anderen Programmen, wie beispielsweise WordPress, der nun auch gerne hingeht, wenn ich die Enter-Taste drücke, gleich einen neuen Absatz erstellt. Ich hoffe, dieser Tipp konnte dir helfen, heute mal ganz kurz und knackig, aber für mich ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du das? Schreib mir jetzt nicht mehr in die Kommentare. Kannst du es nicht? Erwarte ich zumindest den Daumen nach oben, damit ich sehe, was ich dir helfen konnte. Gerne aber auch einen Kommentar. Und wenn du darüber hinaus Hilfe benötigst rund um den Computer und das mal richtig professionell aufs nächste Level heben möchtest, darfst du mich auch gerne kontaktieren. Dann können wir mal zusammenschauen, ob wir deine Fragen zum Thema Computer richtig professionell lösen können. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal. Somit bleibst du immer auf dem neuesten Stand, bist immer stets informiert und bekommst diese tollen Tipps gratis frei ausgeliefert und kannst mit diesem Wissen das nächste Mal eventuell in deinem Freundeskreis pumpen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.